Wir müssen heute unsere höchsten Brawler im Duell gegen Lukas spielen. Dabei müssen wir auf zufälligen Showdown-Maps spielen und werden jeweils den höchsten Brawler jeder Seltenheit spielen müssen, bis hin zu legendär. Und dort müssen wir gleich mit den drei höchsten legendären Brawlern gewinnen. Viel Spaß! Creator Code? JoJonas. Okay, wie ihr seht, das Spannende ist, ich glaube, wir kommen heute häufiger in dieselbe Lobby. Also wenn ich es richtig gesehen habe, sind wir direkt im ersten Game in derselben Lobby. Top 2 wird übrigens immer als Sieb zielen. Oder was sagen wir? Top Platz 1? Nee, Platz 1 als Sieg immer? Was würdest du sagen? Leute, da bist du! Okay, wir müssen es festlegen, schnell. Platz 1 nur als Sieg oder Top 2? Was sagen wir? Ich würde sagen, nur Platz 1, oder? Das geht eigentlich schon bei den Brawler-Showdown. Wir können das jetzt schauen, wenn es zu schwierig ist, schauen wir. Wenn es zu schwierig ist, schauen wir. Oh, das ist euer Team direkt! Oh mein Gott! Los! Dein Backmate ist direkt tot. Ja, toll, danke dafür, ey. Sehr, sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, ich habe ihn auch gut rausgeholt, ne? Oh nein! Okay, ich bin auch direkt tot. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Yeah, let's go! Instant Karma. Ey, ich sage ehrlich, ich habe eigentlich dich besser gekillt, aber, ja, schau mal, wenn ich es richtig gesehen habe, oh mein Gott, ich glaube, die Map heißt, ohne Witz, die Map heißt, glaube ich, Lukas ist gleich Sigma. Was? Ich glaube wirklich, ich muss gleich mal schauen, wenn die Runde vorbei ist. Ich kann es jetzt nicht mehr sehen, ich glaube, die Map hieß einfach so, schau dir die Runde mal an. Wirklich jetzt? Ja, ja, ich glaube wirklich. Oh mein Gott. Das ist, also das ist übel random. Ja, keine Ahnung, Mann. Okay, auf geht's, komm, wir brauchen einen Win, wir brauchen einen Win. Also wie gesagt, Platz 1 haben wir gesagt, zählt es nur als Win, um es hier ein bisschen schwieriger auch zu machen. Ich habe einen guten Start, ich habe direkt zwei Kisten, das ist gut. Ich habe halt vor allem Angst, wenn ich halt zu den Brawdown komme, die ich dann wirklich so auf 1000 habe. Okay, wir gehen rüber. Das ist halt die Frage, ich darf jetzt hier am besten rein. Oh mein Gott, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ja. Ah, ich bin tot. Komm, was? Ja, ich habe ihn noch. Nein, nein! Okay, schau mal die Map, schau mal. Warte mal. Nein, ich bin lost, Like ist gleich Sigma, ich sage, Lukas ist gleich Sigma. Ja, Like ist gleich Sigma. Aber eine gute Map. Hä, lol, ich bin einfach im Wasser gespornet. Oh, legendärer Startrope bekommen, einfach. Junge, ich habe eine Sekunde nicht hingeschaut. 1000 Münzen. Ach, Däger, ein Armourmade. Ich sage, ehrlich, die Runde, schau es dir an, wir können das holen. Alter, ja, okay, das ist gut, war OP. Nein, nein, nein. Ja, er hat die Piper rausgenommen. Mit neuen, ne, er hat sie nicht rausgenommen, er hat sie nicht rausgenommen. Ich muss jetzt rausnehmen. Nein, warum? Er muss nur eine Sekunde überleben, Junge. Okay, ich darf nichts sagen. Der hätte einfach nur ein bisschen zurückgehen können. Ich habe Mortis als Mate, also ist ausbaufähig. Ey, ich bin gerade echt, ich fass es nicht, egal, okay. Ja, das mache ich. Ja, ich sage mal gar nichts dazu. Okay, was habe ich? Ich habe einen Edgar als Mate, ich habe einen Edgar als Mate. Aber 800 Trophäen ist eigentlich, glaube ich, noch so ziemlich das niedrigste heute sogar. Oder, was hast du so bei selten? Ich weiß es gar nicht, tatsächlich selber. Oh, ich weiß es gerade auch nicht auswendig. Ich glaube, bei mir ist legendär am höchsten. Oh, ich habe schon mal gut ausgetaucht. Oh, der Edgar macht das richtig. Okay, ich glaube, ich habe einen guten Mate, komm. Er ist gestorben. Ich sage es euch, ich nehme es zurück, keine Ahnung. Ja, es hätte eigentlich gut werden. Er hat auch fast die Ulti aufgeladen schon mal. Wie läuft er eine Runde so? Oh, Showdown. Es ist so lächerlich. Man will mich auch fokussen. Komm, er kommt zurück, Edgar. Oh, ja. Er ist back, er ist back. Ja, wir haben den Win. Ja, okay, okay, okay. Einfach Mord ist es, Junge. Oh, oh, oh. Okay, das heißt, ich gehe direkt zu selten und will meinen höchsten seltenen Brawler, ne? Ja, du kannst eigentlich direkt rein, würde ich sagen, oder? Oder machen wir es? Ja, okay. Ja, gehe direkt rein. Oh mein Gott, nein. Ist der höchste? Oh, wobei es geht. Rosa mit 849. Oh, 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 nein, ich bin ferngesteuert. Hm, okay. Der Edgar ist back, der. Ich sage ehrlich, ich sage ehrlich, Rosa ist schon okay eigentlich. Mit dem Flächenschaden, die ganzen Kisten holen, ist eigentlich eh okay. Wie hoch bist du jetzt? 849. Ah, okay, okay. An der Stelle, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Wir sind kurz für den 1.000.000 Abonnenten. Vielen Dank. Ja, bei mir wird es schwierig, bei mir jetzt schwierig. Übrigens als Info, hatten wir vorher ausgemacht. Wenn wir hinten liegen, also jetzt in dem Fall liege ich da hinten, dann dürfen wir immer den niedrigsten Brawler jeder Seltenheit nehmen, um das Ganze auch auszugleichen, um es auch spannender zu machen. Genau. Problem ist, ja, ich habe halt leider... Also du kannst den niedrigsten ersten Brawler nehmen. Ja, Digga, ich habe halt nur, ja, ich habe halt natürlich jetzt eine Stelle. Das ist das, das ist der Übel der Nachteil jetzt für den Anfang eigentlich. Ich werde safe nicht gewinnen. Ich werde safe die Runde nicht gewinnen, oder? Oh, Digga, nein. Was kommt der noch mit? Ich setze mich. Nee. Also das war es komplett. Also wenn der es irgendwie noch holt... Oh nein. Ah, Platz war raus. Platz 3, Platz 3. Ich habe auf jeden Fall noch 10% Akku. Ich muss gleich mal mein Handy gleich switchen, aber noch geht's. Ich sag ehrlich, also der Start war so besch... Also, ja, egal. Aber eigentlich Shelly ist noch mit der leichteste, oder? Kommt die jetzt auf 800? Ja, ja, ja. Oh, das ist so machbar, ne? Das ist eigentlich echt easy. Ah, ja. Also, Rows hast du 850, oder wie, ne? Ja. Was ist so dein höchster Brawler eigentlich? Glaube Spike. Nice. Will mir ehrlich sagen, ich habe ja die neuen Brawler noch nicht so gepusht. Mhm. Deswegen müsste es noch Spike sein. Okay. Ich habe gerade einen Double Kill, übel den krassen Double Kill rausgehauen, schon mal. Richtig. Und es sind Bots auf der Map. Sehr krass. Ich glaube, bei mir sind die höchsten, so Clans, die habe ich auch erst neu relativ gepusht. Auf 1000. Dann natürlich ein paar Legendäre. Kid Larry Lowry hatte ich sogar rang 35. Edgar hatte ich auch 35. Stimmt, aber die habe ich auch droppen müssen, wegen dir. Stimmt. Ja. So, das sind so die, die mir jetzt runter einfallen. Aber die haben 7 Cubes. Also, eigentlich müssen wir die jetzt fokussen, damit wir... Ja, ich will jetzt auch nicht sterben, dabei. Mega, mein Mate ist auch wieder so ein Bob, ne? Jetzt halt eklig. Was mache ich jetzt? 7er Team würde ich zwar gerne fokussen, aber ich darf auch eigentlich nicht. Oh ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Der hat 7 Cubes. 8, okay. Ich kann eigentlich gut killen. Was macht mein Tara-Mate da? Oh, ich muss den helfen, glaube ich, mal gleich. Die macht Ulti, ja. Der hat 11. Boah, ich habe 8 Cubes. Oh, ich hoffe, der kommt jetzt in... Wenn ich Glück habe, wenn der jetzt aus dem Teleport wieder rauskommt, darauf warte ich gerade. Oder ich snipe jetzt einfach den Crow ab. Das kommt, das stimmt. Oh. Nice. Nice, ich habe 6 Cubes jetzt. Ich habe 6 Cubes. Loil, was macht der Edgar denn da? Ich glaube, ich habe den 1 Save. Wie witzig, Digga. Dieser Edgar muss irgendwo anders rausgekommen sein, als aus dem Teleport. Ich habe die ganze Runde gewartet darauf, dass er zurückkommt. Der kommt nicht. Loil. Digga, wir haben echt eine gute Runde. Oh Gott. Der hat 18 Cubes jetzt, Mann. 18. Das ist gar nicht geil. Ich habe 14. Wir sind im Showdown. Oh, Mann. Aber dann kann ich wenigstens bei den Selten in meinen niedrigsten nehmen. Ich muss mich in meinen höchsten nehmen, weil du dann schon vorne bist. Das ist der Vorteil. Ich glaube, ich gehe da. Ich warte. Ich warte. Ja, komm, der Edgar hat eh keine Chance. Ich darf halt meine Ult eigentlich auch nicht raushauen. Ich muss meine Ulti behalten. Ich muss die Ulti behalten. Ansonsten killt der uns instant. Okay, Jonas. Ich bin jetzt bei Super-Selten. Weg von Bord. Komm, mach deine Ulti. Das ist schon mal nicht tick. Das ist gut. Was ist der Höchste? Sag. Der Höchste ist tatsächlich... Oh, ich kann mich entscheiden. Mach doch die Tara-Ult. Jetzt. Gast, Carl oder Jesse. Nein. Hol die Cubes. Hol die Cubes. Nein. Lol. Nein, Mann. Okay, Jonas. Hau raus. Ich kann drei Bruder nehmen. Ja, okay. Ich entscheide. Zeig. Jesse, Carl und Gus. Und Gus. Okay, dann darf ich auch bei dir entscheiden, falls es zu dem Fall kommt. Ja, okay. Falls es gleich ist, darfst du auch entscheiden. Okay. Oh, mein Gott. Was hat die Tara denn gemacht? Wir hatten... Die hat einfach die Cubes nicht genommen. Da lagen so sechs Cubes vor ihr. Die ist in die Ecke gelaufen stattdessen. Oh, Mann. Ja, keine Ahnung. Okay, ich muss immer noch den ersten Platz holen. Das ist so dumm. Normalerweise hätten wir jetzt gesagt, dass wir das jetzt im zweiten Platz holen darf. Nach und nach und nach dem dritten, ne? Wir hatten das sonst immer so gemacht. Ah, ja. Was machen die denn da? Ich habe Hypercharge auch gut. Aber wenn wir jetzt Glück haben, wir irgendwie in die Mitte kommen. Oh, Gott. Ja, das tut. Probier's. Oh, was habe ich getan? Das ist Hotdog-Modus. Schau mal, kommen da so Hotdogs raus? Ne, was ist das? Hier kommen schon Cubes raus, oder? Lol. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade ganz gut hier am Start sind oder nicht. Ich bin gestunnt von einem Frank aus dem Busch. Kill den. Was ist das für ein Modus? Lol. Was spielst du da gerade? Der hat Energydrinks, Spots und Hotdog-Modus alles angemacht irgendwie. Ich bin total verwirrt irgendwie. Das ist ein Showdown, aber das wird nix. Oder? Boah, bei mir sieht es wieder gut aus. Ich habe neun Powercubes. Ey, wenn du jetzt wieder gewinnst, ne? Digga. Shit. Ja, ich werde wieder schwierig zumindest. Ich habe einen Dynamike und das Ding ist... Oh mein Gott, das ist eigentlich echt ultra gut, was wir hier gerade machen. Ja, also wenn du jetzt wieder gewinnst, ne, wirklich, dann ist echt lächerlich. Komm, ich mache den Zoo weg. Lol, was? Oh mein Gott. Hast du gewonnen? Das ist... Oh mein Gott, ich habe 16 Powercubes. Wir gewinnen das aber auch wenigstens. Das kann nicht wahr sein, ne? Ich habe 16 Powercubes einfach mit Gas. Ich habe Energy, ich habe Energy. Aha, wir haben den Win. Hä? Loli auch, ne? Ja, aber wie hast du jetzt schon den Win? Du bist jetzt schon bei Episch, man. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Du musst noch drei Wins holen, dann hast du es einfach, ne? Episch, mythisch, legendär. Ja. Okay, jetzt die Frage. Ich habe erst einen Win und du bist bei... Egal, ich war erst mal selten. Ich darf jetzt den niedrigsten nehmen. Mach erst mal zuerst. Was ist der niedrigste bei dir? Sag mal. Ich habe Bull auf 700. Wichtig. Ah, okay. Ja, Bull auf ist immer der Safe. Okay, mach du jetzt mal. Was hast du? Okay, warte mal. Also, Episch. Warte mal. Bisher ist Ems am höchsten. Achterneuern. Kannst du einfach noch meiste Trophäen machen, dann schauen wir ja der höchste Epische. Mach doch einfach so. Ja, true. Er ist schlauer. Ems. Ems, Bibi, Bee, Edgar, Griff, Grom, Pony, Kale, Ish, Lola, Sam, Mandy. Ehm, nehm, 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 Mandy. Ne, nehm Grom, nehm Grom, würde ich sagen. Digger Grom. Danke dafür. Ja, ja. Es muss auch ein bisschen spannender jetzt werden. Also, dass du jetzt schon einfach... Das ist eigentlich echt crazy. Mit dem höchsten Brawler so schnell winst du, ist auch nicht so leicht, ne? Ja, ja. Das sind ja bis zu 850 eigentlich. Aber gut, Grom wird jetzt wirklich schwer. Ja, ja. Ich habe einen richtig guten Vaderwicht. Oh, mein Gott, das ist richtig gut. Schau an die an. Boah, gut aus bei dir. Aber ich glaube sogar, ich habe eine Bibi. Das könnte klappen, wenn die einigermaßen wirklich gut spielt. Dann kann die Karin nicht von hinten attackieren. Schade, schade, schade. Hast du... Du musst immer so einen auf 1000... Gut, fairerweise, ich habe jetzt auch erst noch keinen auf 1000 gehabt oder so. Aber das wäre schon mal ganz gut. Jetzt kommt die da. Ja, mal gucken. Komm, mach was. Nein, nein, nein. Nein. Ich weiß, bin ich auch noch der Wand hängen geblieben, wie so ein Vollidiot. Oh, komm, den Edgar, den müssen wir kriegen. Nein, nein. Okay, das war sehr schlecht für eine Shelly. Ist okay, ist okay. Ich habe jetzt sechs Cubes als Bull. Das ist eigentlich gar nicht mal so bad jetzt. Ich habe auch Ulti und Gadget gleich. Ich kann jetzt eigentlich auf jeden jetzt draufsetzen. Jo, rettig ist es eigentlich gar nicht mal so bad, glaube ich. Oh mein Gott, wie lucky, dass wir überlebt haben. Okay, wir haben fünf Cubes. Nice. Gar nicht mal so schlecht. Kleiner Kill, Kleiner Kill. Ich habe jetzt acht Cubes. Ist halt irgendwie intense, ne? Das ist doch die höchsten Brawler sind. Können auch gar nicht auf die Runden von den anderen so achten, wie sonst immer. Boah, wie läuft es bei dir? Mal schauen, Top 4. Okay, okay. Sieht gut aus, die Runde. Ja, ich sehe es. Ich gehe nach oben. Was macht der denn jetzt? Er läuft einfach rein. Okay, ich sage, er hat die weggestunt. Oh mein Gott, das ist so stark. Slow. Oh, ich habe die weggestoßen. Ich mache Hyper-Stumse. Okay, ich hole auf, ich hole auf. Ich bin jetzt auch super selten, ne? Das schon? Alter. Du bist bei Ethisch, oder? Also darf ich immer noch den schlechteren nehmen? Ja, das ist crazy. Also mein Höchster wäre gewesen, Dynamite mit 924. Und ich darf jetzt nehmen, ich muss gerade mal schauen. Oh, zum Glück nicht tick. Penny. Oh mein Gott, Mortis. Oh nein. Penny 7,13. Hast du Mortis als Höchsten? Showdown. Wir haben neun Cubes. Alter, es ist geisteskrank. Hä, als ob du schon wieder gewinnst. Du bist dann schon bei Mythisch. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. WTF. Oh. Was machen wir denn jetzt, wenn du jetzt... Kannst du jetzt nicht schon wieder... Aber eigentlich ist Duo auch jetzt nicht unbedingt leicht... Hä, wieso gewinnst du die ganze Zeit? Ich weiß es nicht, aber das Ding ist, meine Akku ist gleich leer. Ich hoffe jetzt nicht, dass mein Handy ausgeht. Ach so, was machen wir dann? Jetzt kurz erst zwischenspeichern am besten, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ne, alles gut. Ich habe ja hier eh in der OBS die Aufnahme. Ach so. WLAN. Nein. WLAN LEX. Oh nein, oh nein, oh nein. Mann. Verlierst du noch? Nein. Oh. Hey, wegen LEX verloren. Du hast wirklich verloren. Ja. Richtig, sehr gut. Oh mein Gott, weil ich wegen WLAN LEX nicht zum Teleporter konnte, Digga. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich hole es hier in den Wunnen sogar. Oh mein Gott, das ist so ärgerlich. Aber ich switch jetzt mein Handy. Und dann soll es gehen auf jeden Fall, Leute. Ja, aber das ist wichtig, weil du hast sowieso zu viel Vorsprung. Ich meine, guck mal, du bist bei, hä, du bist da zehn Minuten schon bei Mythisch Sons. Verleg mal. Ja. Das ist ohne, bist du krass. Das war echt unfair, dass das verloren habe. Aber das habe ich wirklich nur wegen LEX verloren, Leute. Ihr habt es gesehen. Das stimmt schon. Das stimmt schon ein bisschen. Äh, ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Ja, das habe ich jetzt. Richtig. Okay, das heißt, Zwischenstand. Ich bin auch bei E-Pish. Das heißt, ich muss jetzt auch den höchsten WLAN nehmen. Okay, das heißt, dann kann ich ja aussuchen. Eventuell bei dir. Ja, eventuell. Okay, wir schauen, wir schauen, wir schauen. Seltenheit. Zeig mal her. Ich mache einfach nach Trophäen. Das ist am leichtesten. Ich schaue nach ganz oben. Ich habe... Nee, ich habe Piper. Ich habe... Nee, stopp. Oh, nein. Ich habe den vergessen. Oh, Larry und Laurie mit 999. Entspannt. Viel Spaß, Jonas. Ja, ich habe mich auf 35 gepusht. Chillig. Der erste 35er heute. Zumindest nicht auf Rang von 39 Niveau. Let's go. Ja. Das ist halt folgendes Problem. Jetzt habe ich Angst vor diesem ewig langen Matchmaking. Mach schon mal jetzt als 4 von 10. Ja, guck mal, du bist drin. Ich bin bei 2 von 10, Mann. Das ist schon unlucky. Aber wenn du es schaffst, die erste Runde direkt zu gewinnen, ist es trotzdem krass. Ey, ich sage ehrlich, ich werde es so hart auseinandergenommen werden von diesem Matchmaking. Wir müssen halt so lange immer Lukas zuschauen. Ja. Das denkst du, aber eigentlich geht, oder? Bei 1000. Ah, wobei... Hast du auch noch einen auf 1000? Nee. Ich habe keinen auf 1000. Ja, es wäre halt wichtig, wenn ich so die erste Runde gewinnen würde. Wäre halt geil. Ansonsten ist es schwierig. Glaubst du, es wäre schlauer gewesen, dir Mandy zu geben? Vielleicht schon, oder? Wobei, auf offenen Maps dachte ich mir halt. Ich glaube, Grom ist schon eigentlich ziemlich bad. Aber hättest du Mandy nicht schlechter gefunden? Ich weiß es nicht. Boah, kann schon sein, ne? Naja, ich dachte halt auch. Ja, ich habe so ein Kack-Labyrinth bekommen, wo überall Büsche sind. Komm, das ist doch unbeführend. Oh mein Gott. Digger, wie unlockt ist mein Mate gerade gestorben. Okay, okay, okay. Ich feel bad for him. Der Start ist gar nicht mal so dumm, tatsächlich. Okay, das war jetzt natürlich sehr dumm. Nee, ist okay, ist okay, ist okay. Jetzt kann ich den Bot hier nach vorne werfen, um Druck zu machen. Das ist alles gar nicht mal so verkehrt jetzt. Jetzt kann ich hier warten. Wir haben zwei Cube. Oh, aber die sind alle schon in die Nöte gelaufen. Oh, das ist gut, da kann ich mich einmischen. Oh, was? Er kommt mit 13 Cubes, ja, chillig. Okay. Ja, 15 Cubes haben die außen. Oh mein Gott. Ey, also das, was wir da komplett haben. Weißt du, es war alles entspannt. Und dann kommen die außen mit 15 und 16 Cubes, weißt du. Also das ist egal. Nein, ich hab den Mikro-Hops genommen, Digga. Ich hab das Jump-Head ausgelöst und er ist dann weg. Ja, ich hab's gerade so ein bisschen gesehen, ja. Das war krank, sag ich ehrlich. Also ich sag ganz ehrlich, ich werd so auseinander... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, hab ich die outplayed. Stopp, man, der ist gestorben, da liegen die ganzen Cubes. Ich hab ihn irgendwie gekillt. Digga, ich hab die so krank outplayed gerade, Leute. Geisteskrank, was ich hier gerade mit Grom gemacht hab, Digga. Der nimmt sich nicht die Cubes, warum auch immer. Ich muss jetzt aufpassen. Die hat 20 Cubes, ich killen fast. Das gibt's nicht. Ich hab grad einfach die... Oh mein Gott, ich hab... Alter, ich hab gewonnen. Ich hab dieses Game under zerstört, Bruder. Ich hab auch gerade eigentlich echt gut zerstört, sag ich ehrlich. Die kommen mit 20 Cubes, die hat fast gekillt, ne? Krass. Ja, er hat mich halt nicht. Okay, Jonas, ich bin beim Mythisch. Jetzt die Frage. Der Troll, der Troll, der ist respawned. Stimmt, stimmt. Loll? Loll? Es geht bei dir ab. Nee, nee, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Ich hab auf den respawn gewartet. Der ist krank. Es gibt's nicht, das Game wird immer noch weiter. Hat er Durstschuss? Alter. Das ist so ein krankes Game, ich sag's dir, ne? Hat er Durstschuss? Der andere Angelo Trollt auch, ist dumm. Oh mein Gott, wenn wir jetzt gewinnen. Ich sag's dir. Digga, das ist ja krank. Geradezu. Das ist so krank, ne? Ich sag's ehrlich. Ah, jetzt ist es schwer. Ja, jetzt ist es ganz schwer. Aber der ist echt lost, der Spike, ne? Mit den 20 Cubes. Ja, ich treff leider auch nicht. Ich muss es irgendwie auch suchen hier vielleicht, Lucky. Ich treff wieder. Ich brauch's nen respawn. Hä, das ist insane. Hä? Nein. Das war so krank. Das war so krank, ne? Alter, egal. Ja, und es waren auch 2000er. Stimmt, 2000er. Du darfst raussuchen wieder. Genie, Max, Mr. P, Byron, Squeak, Ravs, Eve, Otis, Farschak. Dass du die alle auf derselben Höhe hast. Grey, RT, Willow oder Melody. Hast du die alle auf derselben Höhe, oder wie? Ja, ja, ja. Ja, mach Squeak. Mach Squeak. Ich glaub, Squeak, Digga. Okay, das ist mal Rang 35er, Leute. Oh, echt? Wir sind 35 gepusht. Oh, der muss, nein, du musst auf die Kisten gehen, Mann. Du musst die Kisten holen. Okay, also mal gucken, wie die Kisten läuft. Digga, er holt die Kisten. Er muss sie doch mit seiner Star-Power holen. Er checkt's nicht. Boah, ich glaub, Squeak wird bisher das Schwierigste für mich. Der ist echt bad. Ja, das stimmt, ich weiß. Ich hab den damals in Belagerung hochgepusht. Die Melody hat aufgegeben, irgendwie. Die Melody hat irgendwie aufgegeben, richtig? Nein, 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 das hat er jetzt nicht rein. Was macht er denn? Das ist ganz weird. Oh, komm. Mann, er hätte so viele Cubes, das wär easy gewesen eigentlich. Egal, ich hab jetzt ganz viele Cubes. LOL! Mein Mate hat einfach, Digga, mein Mate kriegt alle Kisten. Der ist mit Mortis hier auf dieser Insel, Digga. LOL! Ja, lucky. Digga, wie lucky ist das denn? Ah, Junge. Ich glaube, du bist dann schon bei Legendia, oder? Ja, warte, ich weiß ja noch nicht, ob wir gewinnen, aber Digga, wir haben... Oh mein Gott, komm! Nein, komm! Das gibt's wirklich nicht. Was? Nein! Doch, Erz! Oh mein Gott, mein Mate ist der krasseste Mord des aller Zeiten! 20 Power Cubes hat mein Mate! Digga, der geht ohne mich rein, der ist so selbstbewusst. Der holt diese Liddy instant weg, oder? Oh mein Gott, die hat sich unsichtbar gemacht. Frank ist jetzt da. Junge, mein Mate ist AFK die ganze Runde, Mann. Ich hab 12 Cubes, mach was. Kann nicht sein. Ja, Windigar! Nein, als ob du jetzt bei Legendia bist. Okay, dann warten wir wenigstens kurz die Runde für die Spannung, komm. Dann schauen wir uns wenigstens die Runde jetzt kurz an. Du bist eh so weit vorne. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich bin halt nur ein Larry Lowey, Mann. Ja, mal gucken. Schöner Heal. Der macht halt nichts, der Mate. Der macht halt nichts. Siehst du's? Der chillt die ganze Runde irgendwie nur. Der muss ja mit Kit aggressiv gehen. Hat er, hat er. Das hat er aber gut gemacht, ja. Ja, hat er gut gemacht. Oh, das habt ihr, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Oh mein Gott, wenn ihr das nicht habt. Ja! Ja! Alter! Oh Gott, ey. Crazy. Okay, okay, okay. Also wir schauen mal. Erst mal bei mir kurz schauen. Wir sind jetzt eh beide gerade nicht in der Lobby. Mhm. Okay, also ich bin jetzt bei mythisch. Aber stark, dass du mit 999 Win geholt hast, wirklich. Ja, stimmt. Ich hätte normalerweise das Draco spielen. Nee, ich bin lost. Ich hätte normalerweise Clancy spielen müssen, 957. Aber jetzt kann ich den Lowesten spielen. Mhm. Max. Oha, 697. Okay. Das ist stark, ja. Bei mir ist es jetzt Spike, ne? Mit 865. Ja, jetzt ist es halt wirklich schwierig, ne? Aber Legendäre sind halt auch am interessantesten. Was ist so dein Lieblingslegendäre? Ich würde sagen sogar Crow, eigentlich. Okay, wieso? Aber jetzt muss ich auch mal mit Spike drei Wins holen, ne? Nee, du musst mit den drei Höchsten gewinnen. Also so der Ersthöchste, dann ja, weißt du? Wie meinst du, mit den drei Höchsten Legendären? Ja, ja, genau, so. Ich meine nicht, dass du drei Mal mit demselben. Das wäre ein bisschen low, wenn du drei Mal mit demselben Legendären gewinnen müsstest, oder? Würde ich jetzt sagen. Sondern lieber drei unterschiedliche. Ja, okay, okay. Alter, gerade kicken die Legs aber wieder anders rein, warum auch immer. Obwohl ich mit Lana-Tapter spiele. Also das sonst wieder komplett hier. Wir machen es dann, wenn ich dann bei den Legendären hinten bin, darf ich dann auch erst die niedrigsten Legendären nehmen, um aufzuholen? Darf ich das? Ja, oder? Ja, okay. Das ist krass, das ist nett. Ja, ja, okay, dann machen wir es so. Wobei du jetzt gerade auch erst beim ersten bist. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, wären wir eh gleich auf. Oh, das ist übel nice. Oh, sehr geil. Ich muss ehrlich sagen, den Win müsste ich jetzt relativ schnell holen, weil ich bin bei 700, ne, mit Next. Normalerweise. Oh, ist das so gut. Oh, oh, oh. Aber wir haben acht Cubes, das ist wohl jetzt eigentlich. Hä? Treffen nicht. Oh, ich muss aufpassen. Mein Mate ist down. Aber ich habe acht Cubes. Ich habe zehn Power Cubes. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Mann, es leckt. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss halt schon aufholen, weil ansonsten ist es echt ganz, ganz schwierig werden. Bei den Legendären weiß ich, ich habe auch echt hohe. Ich glaube, ich habe mehrere auf 1000 bei den Legendären. Ich darf jetzt nicht so, oh. Perfekt, ich darf jetzt nicht so offensiv gehen. Come on. Digga, ich kill den easy, aber ich habe Ultra Legs. Mann. Nein. Wegen Legs, Digga. Kannst du die nicht irgendwie fixen? Hast du nicht dieses Line Adapter Ding oder geht das nicht jetzt gerade? Doch, ich habe gerade den Line Adapter dran, aber ich habe einfach Line Legs hier. Echt? Ja, ja, das ist ein Line Legs. Boah, das ist dann krass, sage ich ehrlich. Das ist crazy, ne? Ja, aber von Brauses kann es ja eigentlich nicht kommen, weil ich habe ja gerade keine Brauses Legs. Ich weiß nicht. Also ich habe halt bei manchen Games nicht einen Leg und dann bei manchen komplett Leggy. Ja, okay, das sind natürlich echt dumm. Digga, ich schwöre, Leute, ich hätte es eben gewonnen. Ich hatte irgendwie 10 Cubes mit Fike. Boah, das ist komplett krank jetzt. Oh ja, wir haben ja noch mal gespawnt. Dash nochmal. Oh nein, oh nein. Das war eben. Und? Also eigentlich ist es easy für ihn. Das ist eigentlich 12 Cubes, da oben liegen nochmal so vier. Hä, was macht er? Da oben liegen vier Cubes? Oh mein Gott. Sechs war ein Spiel, echt nicht, was die Leute. Egal. Das war natürlich auch zu aggressiv von mir gespielt davor. Er hat doch gesehen, dass da Cubes sind. Nein, das ist raus, schade. Schade, schade, schade. Ja, egal. Er macht das eh gut. Um 16 jetzt. Das ist echt insane. Was ist denn das? Okay, ja. Digga, mit 16 Cubes smacked. Hey, er schießt einfach nicht mehr. Er schießt nicht mehr. Warum denn nicht? Das ist ganz, ganz komisch gerade. Egal. Ja, jetzt geht rein, er geht rein. Nein, respawn. Ey, wenn ihr das nicht habt, Jonas. Digga, der geht rein, oder? Oh mein Gott, ist der dumm? Ich weiß auch nicht, Mann. Ich darf auch nichts sagen. Ich bin aber in den respawn Riko halt reingelaufen. Das war halt auch unlucky. Okay. Ich hab wieder einen Mortis. Also man kriegt echt viele Mortis da als Mates. Also ich würde ja gerne rumholen. Ich hab die Runde auch echt grauenvoll gespielt. Oh, das ist gut, das ist gut. Da kann ich auch safe nochmal reindaschen. Das gibt's doch nicht. Das ist eine Station, egal. Okay, ich bin auch bei Legendär. Ich bin auch bei Legendär. Okay, wir sind dann aber klar mit gleich auf. Wir sind gleich auf. Ich muss eigentlich die Kamera mal einen Tick nach unten machen, sich jetzt erst. So, wir sind beide gleich auf. Mein höchster Legendärer zuerst. Und ich mach's andersrum. Ich mach den Tritt höchsten zuerst. Oder soll ich den höchsten zuerst machen? Oh, nein, Digga, woher kam diese Bombe? Ich mach den höchsten. Ich mach den Tritt höchsten zuerst. Ja, ich mach den höchsten zuerst direkt. Okay, 999 Draco. Ja, okay, das ist krass. Ja, das wird halt Matchmaking allein schon echt gut reinknallen, ne? Mal schauen. Oh, es geht. 7 von 10. Oh, nein. Das ging sehr schnell sogar. Vor allem dafür, dass es... Krass. Das ging echt sehr, sehr schnell. Mal schauen. Puh, okay. Draco ist eigentlich sogar ganz nice, würde ich sagen. Mal schauen. Ich hab auch gegen meinen Hypercharge, aber... Ja. Spike. Oh, Junge, was ist das jetzt? Oh, da oben geht... Oh, ja, ja, ja. Ich hätte so direkt die Ulti halt kriegen, würde. Ja, das war ein bisschen arg lost. Ne, es geht sogar. Wieso... Wir sind Showdown, VTF. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Hä? Was geht da unten ab? Hä, die Runde ist übel rad. Wir sind einfach irgendwie Showdown. Nein, wieso geht der Mord? Das ist nicht der Frank, Mann. Oh, mein Gott. Ich check's nicht. Also, ohne Witz... Ich hab nichts gemacht, die Runde, aber... Jetzt kann ich reingehen. Ich hab ihn. Was ist der nächste? Oh nein, Respawn nochmal. Oh nein, oh nein, oh nein. Nächste Ulti. Oh, Jonas. Der Agent ist früh, egal. Let's go. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, jetzt... Ultra, ultra lucky. Das heißt, du darfst jetzt eigentlich deinen niedrigsten Legendären dann gleich nehmen, ne? Stimmt, du hast ja das auf und kannst dann gleich switchen wieder. Okay, ich nehm meinen zweithöchsten Legendären schon mal. Kit. 980. 980, okay. Alter. Ich mach unsichtbar. Plus eins. Und die Star Power. Das ist schon machbar. Ich muss jetzt halt noch mit zwei höchsten Legendären Brawlern gewinnen. Okay, mal schauen. Bei dir, Mac. Was hast du... Was ist das für ein anderer Brawler, den du hast? Also, Spike. Ähm... Bei mir ist noch Mac, oder was meinst du jetzt? Nee, du hast Spike, oder? Ja, Spike. Noch bin ich Spike, ja, ja. Was denkst du, ist der Niedrigste? Sag jetzt nicht, dass du so einen auf Null hast gleich, oder? Bei den Legendären? Ja. Ich hab Draco auf 500 so circa. Das ist der Niedrigste? Ja, ich glaube. Ah, okay. Sag ich ehrlich, es geht noch. Es geht noch. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Oh, 6 von 10. 7 von 10 bei mir. Und... 10 von 10. Ich bin drin. Puh, ich probier's. Okay. Ich hab ne Shelly ins Team bekommen. Edgar, Angelo, es geht. Ah, komm, können wir gewinnen. Können wir gewinnen. Das ist ein ganz wichtiger. Aber ich glaube, die checkt nicht, dass ich die Cubes einsammle. Die checkt es natürlich nicht. Ich hasse es. Du musst wissen, die Star-Power zählt halt nur, wenn ich auch die Cubes einsammle. Ansonsten zählt das nicht, ne? Und jedes Mal, wenn diese dumme Shelly sich in den Cube rein stellt und sich den nimmt... Ach, er macht sie jetzt wieder. Sie checkt die Star-Power. Digger, was macht denn diese Mac von mir, lol? Oh, man, ich bin drin. Immerhin ist ein easy Frank-Killer. Wie dich diese Shelly, ne? Also, egal. Ey, wenn du mit Spike den Winner holst, war das krass. Du kannst das gleich eh den niedrigsten nehmen. Oh mein Gott, du hast es fast. Mein Shelly ist aber auch krass. Gibt's auch was. Bin jetzt schon Top 4. Oh mein Gott. Ich kann jetzt eigentlich, normalerweise easy. Guck mal, ich kann jetzt hier einfach, zack. Komm, jetzt kann die einfach ranlaufen, die killen. Nochmal. Ja. Easy. Easy, easy. Stell dir schon. Nein, der We-Spot in mir drin. Egal, das ist deine, Mike. Kriegen wir. Komm. Zack. Nein. Oh mein Gott. Okay, hat er mich hops genommen. Muss ich mir lassen. Also, das war peinlich, Mann. Das war peinlich. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, was? Ich habe sogar noch die Shelly gekilltet. F-Cubes aber leider. Nice. Okay, jetzt kann ich den niedrigsten nehmen, ne? Ja, ich habe meine Runde echt noch mies verkackt. Okay, was ist dein niedrigster? Ich bin schon beim zweiten Win, ne? Ja, Draco mit 511. Oh, du bist schon beim zweiten. Ja, ja, ja. Alter. War ich ehrlich, ein bisschen unlucky, ne? Aber jetzt wäre es halt ein so wichtiger Win. Also, ich glaube, du wirst den Win jetzt eh relativ easy holen. Ich glaube auch, eigentlich. Dann kannst du dann nachher eigentlich auf deinen zweithöchsten Legendären einfach gehen, dass du nicht wieder Spike spielen musst, würde ich sagen. Okay. Okay. Ah, Leute, voll viele haben diesen neuen Gale-Skin. Ist das ein Ranked-Skin? Wahrscheinlich, ne? Warum haben die denn so viele? Oh nein, oh nein. Ich muss auch... Oh, sehr gut. Oh, oh, oh. Nein, was war das denn, Junge? Oh mein Gott. Hä, wieso regeneriere ich gerade nicht? Ja, das ist der Hotdog-Modus. Anaktivieren. Ach, oh mein Gott, stimmt. Lol. Du kannst eigentlich mit der Ulti wenigstens zielen, ne? Also, könnte es schon werden. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Nee, nee. Aber ich glaube, das wäre sowieso nichts geworden. Nee, nee, nee. Die Dings müsste eigentlich eher irgendwas machen. Ich weiß halt nicht, was, ehrlich gesagt. Oh, doch, hast du... Oh nein, sie ist reingejumpt aus Versehen, glaube ich. Oh mein Gott, sie hat den Kill gemacht, aber... Ich seh's. Lol. Und ich... Nein, ich bin nicht mehr gespawnt, als ob. Das wäre ärgerlich. Ja, das wäre ärgerlich. Was ist das denn für eine Map? Ich gehe unsichtbar. Ah, hast du nämlich gesehen. Kick. Ey. Kick, perfekt. Mist. Kick? Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Streamst du da jetzt, oder was? Mann. Nein. Oh, 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 oh. Hm, hm. Und weg. Das war smart. Ich bin keep noch gestohlen. Aber ich glaube, vielmehr ist auch nicht... Hey, es ist so eine bodenlose Runde. Ich muss eigentlich jetzt hier hin. Ja, ich schleiche mich einfach weg. Oh, nicht schlecht. Oh, was geht denn hier ab? Wir hätten ganz am Ende reinjumpen sollen. Ich wusste nicht, dass es da nur eins gibt. Das einzige Gelegen... Also eigentlich müsste ich jetzt irgendwie auf einen draufjumpen, und dann muss irgendwie dieser Frank was machen, Mann. Also eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, die Kombi-Frank-Kid. Sag ich ehrlich. Ja, ja. Ja, ist ja beide gute, äh... So, Map-Brawler. Ja, ja, aber... Ja, ich weiß nicht. Naja, also jetzt echt grauenvoll gespielt, muss ich wirklich sagen. Okay, komm. Ey, Kid 980 ist echt brutal, als ich dachte. Aber dir ist es irgendwie auch nicht mehr so leicht, ne, gerade? Ne, 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 gerade irgendwie nicht. Als ob du so bei 800 Trophäen lockerer gewinnst, als bei so 500. Ja, das liegt halt an den Brawlern, glaube ich, einfach. Ja, du hast aber auch einfach... Ich weiß, ehrlich. Ja, vielleicht. Oh, 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 nutzt dein Gadget, denk an dein Gadget, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du lebst. Alter, das war so lucky mit dem Teleporter hier. Ey, ich hab zwei von zehn Matchmaking, ne? Ich hasse es. Ah, nein, wir sind beide down. Ey, irgendwie schwieriger. Bei 500 ist es schwieriger. Hä? Das macht keinen Sinn. Echt keinen Sinn. Ich bin über zwei von zehn im Matchmaking. Hm. Digger. Also du brauchst nur noch deinen letzten Win, oder? Zwei. Ich brauch noch zwei Win. Ach, du brauch noch zwei. Ah, ja. Du kannst in die Mitte direkt versuchen zu gehen. Das ist eigentlich krass bei dir. Hm. Ich hab neun von zehn. Acht von zehn wieder. Das Ding ist, du musst halt nachher wieder einen hohen Brawler spielen. Aber tausender Kit ist halt schon total. Boah, jetzt ist halt gut für dich. Jetzt musst du halt irgendwie diese Kisten klauen. Wenn du da irgendwie ein paar Cubes bekommst, ist es eh krass. Ja, ist gut, ist gut. Ja, du hast auch schon die Ulti aufgeladen. Die Ulti ist ganz wichtig bei Draco. Du musst sie dann so cyclen, ne? Bei denen. Genau. Ja, ja, ja. Ist sehr gut, okay. Okay, wir haben beide acht. Nice. Was mache ich jetzt halt in der Runde? Das ist ne Gun. Ah, das sind irgendwo Kisten. Versteck, wie ich das ein... Okay, mal schauen. Ich hab 13 Cubes. Und zack. Ja. Hab den ersten. Hab den ersten. Nice. Okay, also ich hab einen Cube, aber... Ich weiß, es kann eh ganz nice werden. Mal schauen, ich gehe mal viel auf unsichtbar. Nein, ich wurde einmal getroffen, leider. Sehen. Wo ist denn mein Mate? Ich könnte halt in die Mitte jumpen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Ja, 15 Cubes. Ich hab's mir schon fast gedacht, Mann. Ich hätte auf die Kisten direkt gehen sollen. Es ist so dumm. Und mein Mate ist irgendwie lost, leider wieder. Wie viele Cubes haben die jetzt? Zwei, okay, das geht. Ja, weißt du, bei mir war... Es ist halt so eine komische Web bei mir, wo soll... Oh, oh, oh. Nach, Digga. So, der einzige... Ich musste es riskieren, ansonsten... Wir hätten ja irgendwie Platz 1 schaffen müssen. Das war unmöglich. Okay. Ey, ich bin gerade richtig konzentriert, aber... Voll krass, du hast kein Wort gesagt. Die komplette Runde. Ja, ja, ja. Ja, ich will ja auf gar keinen Fall jetzt verlieren mit 14 Cubes. Ja, ja, vor allem auf 5er Trophäen, ne? Ist ja der niedrigste Trophäenstand heute eigentlich. Ja, eben, eben. Okay. Oh. Ja, also wenn ihr das nicht habt jetzt, weiß ich auch nicht. Guck mal, hier der Frank, ja. Mann, ich bin die ganze Zeit stuck am Matchmaking, wenn du 10 Runden spielst. Wobei fair, ich hab jetzt auch schon einen Match verloren. Ja, das habt ihr, das habt ihr. Oh, oh. Oh mein Gott, er ist gestorben. Ich sehe jetzt gar nicht, wie viele Cubes. Ist alles so klein bei mir. Easy. Hab's. Ja, das heißt, was hast du jetzt? Was hast du jetzt, Sex and Brother? Ich habe jetzt einen Win mit einem Legendären. Ja, genau. Das darfst du den zweiten gehen, ja. Ne, einfach den zweithöchsten, würde ich sagen, weil du Spike schon hattest gerade. Okay, den zweithöchsten Legendären, ne? Was hast du? Wie hoch ist der? Das ist Leon, Sandy, Amber oder Chester. Ja, komm, wenn du jetzt eh schon lower bist, dann mach Sandy. Sandy ist echt schlecht für Showdown. Ja, okay, okay. Auf geht's. Also du bist auch noch, du hast noch nicht den zweiten. Ne, ne, ich muss den zweiten mit Kit halt holen, auf 980. Ich hoffe halt eigentlich, dass du jetzt fast gewinnst, dann muss ich nämlich nicht mehr Kit. Wobei Kit ist eigentlich schon eigentlich noch solide für Solo-Showdown immer noch, ne? Also eigentlich geht das schon klar. Was ist denn das für eine dumme Map? Boah, ich bin mal gespannt jetzt. Ich geh einfach rein. Boah, jetzt war es halt irgendwie wichtig, irgendwie die Cubes zu kriegen. Boah, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Boah, irgendwo ist da noch Lili, Mann. Irgendwo ist noch Lili. Das geht. Ey, die Runde, ne? Lol, die Jackies ist AFK, glaube ich. Lol! Nice. Three Cubes. Oh mein Gott. Ey, die Runde ist so intense, ne? Das ist unfassbar. Nein, nein, nein. Ja, komm, nämlich aufgedeckt unsichtbar. Und der Sieben Cubes-Mate stirbt einem Einser-Mord. Null Cubes-Mord ist da unten. Mann, wenn wir einfach als Team ein bisschen besser zusammengehalten, hätten wir das easy gewesen. Ich bin ja zu zart. Wie hoch bist du? 800, ne? Äh, 849. Ja, 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 ja. Musst du haben. Nein! Ja! Hä? Oh mein Gott. Digga, der hat mich hops genommen, der Dynamite. Ja, wohl. Oh mein Gott. Ey, jetzt strugglen wir gerade beide ganz gut. Jetzt strugglen wir echt beide ganz gut. Das war richtig schlecht von mir, muss ich aber zugeben. Das war meine Schuld. Also... Ich hab gedacht, ich kill ihn mit dem schnellen Aim, aber es hat nicht gereicht. Ja, ja, ja. Oh, sehr. Bitte gib mir den Cube. Ich hoffe, er checkt das. Er gibt mir nicht. Die checkten alle meine Star-Power nicht. Die müssen doch wissen, dass... Weißt du, dass das die Kid-Star-Power... Also für den Kid-Star-Power musst du halt... Egal. Weißt du, dass... Muss man den Cube selbst einsetzen. Ja, richtig. Das wissen die nicht. Die nehmen alle den Cube weg. Mhm. Triggered übel. Ja, das ist direkt dauernd gegangen. Weißt du, das sind Leute, die auf 1000 Trophäen-Matchmaking sind. Wie können die das alle nicht wissen? Ja, ja, aber... Das ist ja jetzt auch nicht so offensichtlich, finde ich, erwähnt, oder? Ja, stimmt auch wieder, ne? Ich wusste es auch lange Zeit nicht. Aber keine Ahnung. Ist halt bitter, wenn die alles nicht wissen, ne? Ja, ja, das stimmt, ne? Wie viele Cubes hast du? Ich sehe es nicht. Fünf, glaube ich? Einen. Oh. Ah, schade. Ich sehe das alles nicht. Ich wollte ihn von der Rage attackieren, dann war er doch zu nah bei mir. Ja, wir müssen wissen, das Gameplay ist bei mir immer ein bisschen kleiner. Deswegen sieht man das nicht so gut. Okay, ich glaube, wir müssen erst mal einen Cut machen. Oh, die müssen keinen Cut machen. Toll. Junge, also du Instant-Matchmaking hast und ich bei fünf von zehn bin, Mann. Ja, aber guck mal, was ich für eine Map habe. Ja, ist gut. Das war es komplett. Was geil ist, wenn du gewinnst, muss ich halt nicht mehr Kits spielen, sondern er darf den Niedrigsten spielen. Aber ich weiß halt, ob ich das unbedingt will. Der Kits ist eigentlich auch solide. Oh mein Gott. Ja, oder, oder, oder? Nee, okay, wollte ich schon sagen. Das Ding ist, solange du zwei Runden spielst, bin ich immer noch im Matchmaking. Ich bin bei sieben von zehn. Fünf von zehn. Ja, stimmt, stimmt. Zehn von zehn, okay. Oh, jetzt in die Mitte jumpen. Und da ist ein Angelo, das ist perfekt. Der kann von eigentlich perfekt, oder? Das ist echt okay. Ich gehe jetzt unsichtbar aufs Jumppad, auch wenn es wirklich dumm ist. Vielleicht kann ich ein bisschen überraschen damit. Der Miko kann, äh, der Angelo, okay, der geht aus Wasser, ja. Ich probiere es, ich probiere es. Ja, das ist ein Mag, das ist ein Mag. Komm, mate, mach was, wenigstens genau. Ja, die merke ich die ganzen Cubes jetzt leider. Wenn der Angelo jetzt irgendwie sich da ein... Oh nein, genau. Das ist übel geiles. Ja, 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 die fighten, die fighten. Oh nein, wir haben sehr viele Cubes direkt. Und er möchte sich, genau, er muss sich von außen einmischen und die jetzt upsnipen. Perfekt gemacht. Oh mein Gott. Junge, er, bester Mate. Er hat es genau perfekt gemacht. Ja, okay, das ist krass. Ich habe jetzt als Kid neun Cubes. Ich habe jetzt wie viel Leben? Ich kann das noch nicht schauen. Das ist perfekt. Ich würde sogar sagen, ich nutze mein Gadget mal. Das ist vielleicht useless, aber ich nutze es einfach. Back. Sehr gut. Shelly hat die Ult gewostet. Alter, nice. Okay, wir haben jetzt acht Cubes. Ja, gut, ich werde sterben. Das ist so dumm, ich werde trotzdem sterben, Mann. Ich hätte auf die Shelly einfach jumpen, aber wenn ich auf die gejumpt wäre, wäre es auch nicht gut gewesen. Hast du den win? Ja, oder? Ich denke, ja. Also. Schau mal, der lässt mich jetzt nicht oben spawnen. Du musst nach unten gehen. Schnell. Bitte. Nein. Okay, ging. Nein. Mein okay Mann, Frank muss carryen. Nein, der hat gar keine Cubes bekommen. Ah, die haben jetzt zehn, Mann. Die haben zehn. Ist ja auch lost. Ist ja nicht gut. Komm. Komm, Frank. Nein. Was? Gleichzeitig gekillt. Und? Platz zwei. Kacke. Gibt's nicht, Digga. Ich hab elf Cubes. Oder er hat elf Cubes. Ich glaube nicht, dass er gewinnen kann. Das war so hart unlucky, diese Runde eben. Guter Try, guter Try. Du musst immer noch in der Runde. Zack. Mann, er jumpt nicht mit. Wie wollen wir denn so gewinnen? Ist so möglich, so zu gewinnen. Was macht er denn? Ist überhaupt noch ein Jump übrig? Ja, wie bad ist er reingejumpt. Er hätte einfach mit mir zusammen reingehen müssen. Hä, wie schlecht. Ja, das war wirklich lost. Keine Ahnung. Er hat voll super gespielt, aber was war das denn? Ich meine, wir hätten einfach, wir hätten easy die Shelly rausgenommen und die Cubes nehmen können. Ich glaube, wir hätten gewonnen sogar. Na ja, egal. Oh mein Gott, wie haben wir das denn gemacht? Was ist das? Ich sehe das immer. Alter. Zehn Cubes, let's go. Bei mir ist eins von zehn Matchmaking. Ich bin froh, wenn du gewinnst, darf ich wenigstens einen Lone Brawler nehmen. Eine Runde. Na ja, oh mein Gott. Wie viele Cubes hast du? Ich sehe es nicht. 16? Ja. Boah, okay, krank. Ey, über der Trick, du hast dich... Hä? Hä? Ah, der war nur so. Okay. Wie random ist die Runde bitte? Drei von zehn. Zwei von zehn. Das ist eh krass, das ist eigentlich bei dir. Auch Matchmaking. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, du hast es glaube ich, ne? Ja. Okay, das heißt, wenn du halt jetzt gewinnst, hast du es. Also du musst mal den Dritthöchsten jetzt nehmen, ne? Gebe ich nochmal einen schlechten, stimmt. Ich kann einen wieder entscheiden. Also entweder dann Leon, Amber oder Chester. Chester, ne? Aber es ist auch nicht mehr so schlecht eigentlich inzwischen. Also eigentlich geht alles, sage ich ehrlich. Oh, lol, das pinst du dich noch, geil. Das ist jetzt der letzte Win, der mir noch fehlt, ne? Ja. Ich glaube, ich hätte Matchmaking eigentlich abbrechen können. Ich muss ja gar nicht mit dem höchsten mehr rein. Stimmt. Aber ich war schon im Match drin. Wenn ich bei 1000 jetzt gewinne, war wieder... Das war wieder so lost, ne? Ja, aber so ist es oft. Also ich meine, du hast zehn Cubes oder elf jetzt. Ja, ja, eigentlich schon, ne? Das habe ich die ganze Zeit verloren. Oh, nice. Oh mein Gott, das ist so gut, das ist so gut. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe hier so rein. Das ist mir smarter. Oh, hier sind Kisten ganz viele. Das habe ich die ganze Zeit verloren. Jetzt dürfte ich den Lone Brawler nehmen. Jetzt gewinne ich, hä? Das kann mir keiner erzählen wieder, ne? Nein. Zack, schöne Macht. Ich hätte nicht so wierig auf die Kisten gehen dürfen. Ey, das ist so dumm, ne? Ich hätte jetzt einmal den Lone Brawler nehmen dürfen. Jetzt gewinne ich natürlich auch 1000 Trophäen direkt. Das ist nicht zu fassen, wirklich. Warum ist das immer so? Schau es dir an. Ich habe als Kidd jetzt 18 Cubes. Also wirklich, das kann man sich nicht ausdenken. So, zack. Okay, mein Mate hat das echt gut gehalten hier. Oh, ich hätte fast noch verkackt, weil ich dumm bin. Nice. Ich habe auf 1000 gewonnen. Es ist nicht zu fassen. Jetzt muss ich mir... Ja, das ist so dumm. Und zwar, es ist so dumm, wirklich. Das kann ich nicht ausdenken. Äh, Surge. 131 muss ich nehmen. Surge ist nice. Ich nehme noch Schild. Plus 1 Damage. Oh mein Gott. Oder ich nehme Blockierung lieber. Auf geht's. Ja, wir sind beide zum entscheidenden Game. Also wenn du jetzt gewinnst, hast du es sowieso. Also ich werde... Wie viele Cubes hast du? 5, ne? Ne, 2. Ja, perfekt. Mensch, Jonas, du brauchst eine Brille. Ey, das ist so winzig, ne? Ich sehe halt nur die Übertragung von Lukas. Es ist so ein Zehntel vom Bildschirm. Wie soll ich irgendwas erkennen? Da noch unscharf. Was ist das? Ich erkenne gar nichts. Erkenne... Was ist denn überhaupt für ein Teammate? Für ein Brawler? Cool, okay. Okay. Ja, ja. Gladiatorin, Colette. Imagine, ich bin schneller als du. Das wäre so krank, ne? Also wer jetzt zuerst gewinnt, hat das einfach. Weil wir haben jetzt beide die Wins. Okay, ne. Und wir sind in den Cubes gespawnt. Wir sind in den Cubes gespawnt. Okay, wir haben beide das letzte Game jetzt, ne? Ja, ja, theoretisch, ja. Wieso theoretisch? Ich meinte theoretisch, weil ich jetzt vielleicht schon fertig bin. Aber ja. Wer war lost. Achso, ja. Ach, Digga. Wir sind beide in den Cubes gespawnt, Mann. Ey, crazy wäre es gewesen, wenn wir beide noch im selben Matchmaking gelandet wären, aber leider nicht. Das wäre krass. Also jetzt einfach nur mit Chester die Runde gewinnen, dann habe ich es. Ja, ja, ja. Und ich muss im Surge. Ich bin noch nicht im Matchmaking drin. Wie hoch bist du? Ich bin noch 920. Wie viel? 920. Ah, okay. Ja, ich bin 850 immer noch. Okay. 4 Teams am Leben. Das ist alles wirklich. Direkt auf. Sehr gut. Sehr gut. Da sind noch 2 Kisten. Sehr gut. Das sind Kisten. Also erstmal die Frage, wo war mein Mate eben? Und, Digga, ich habe gar nichts mehr gepeilt. Aber okay. Ihr könnt es schaffen, ihr könnt es schaffen, ihr könnt es schaffen, oder? Oh, Digga, der hat 15 Cubes, der Frank. Das ist schaffend. Oh, wichtig. Vielleicht ist es Geld von mir, by the way. Ich kann es schaffen. Ich habe 4 Cubes. Ich bin beide 4 Cubes. Und da ist ein Energy Drink gespawnt. Oh nein, oh nein, oh nein. Doch, gut, gut, gut. Ich mache mal hier eine Blockierung noch rein. Okay, ich habe schon mal Upgrade. Die darf jetzt nicht sterben. Oh, nice. Der Dynamite ist aber down. Nice. Dann können wir ja das Tanz eigentlich klappen. Ich glaube, wir haben es. Ich habe 7 Cubes jetzt und wir haben Energy. Wir haben das, glaube ich. Zack. Ja, wir haben es. Wir haben es safe. Ich habe 9 Cubes. Will ich das bei dir aus? Oh mein Gott, du bist auch Top 2. Das gibt es doch gar nicht. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir es hinkriegen. Nein, ich bin gestorben. Da war... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Egal, der Type hat schon alles. Komm, der muss sich schnell finishen. Lass doch die Ult nicht aufplatzen. Okay, nee. Alles gut. Wir sind Top 2. Nein. Schau dann. Das kann nicht sein, Mann. Der Frank, Mann. Ich habe einfach so viele Cubes. Er hat so viel Leben. Ich habe hier falsches Starport auch genommen. Eigentlich gerade egal. Ja! Nein! BAM! Wie viele Sekunden... Oh ja, wir hätten Sekunden später... Wir schauen, ob wir auch gewonnen hätten. So, ich jetzt wenigstens wissen. Das kann nicht sein. Oh mein Gott, das war so... Digga, wir haben einfach eine 20 Cubes Frank gekillt. Mit 0 Cubes. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Die Blockierung. Ich gehe rein. Oh mein Gott. Ja, wir hätten es wahrscheinlich nicht gehabt, aber wenige Sekunden später. Das kann nicht sein. Das gibt es. Das war das knappe Sende, was wir, glaube ich, hier hatten. Digga, krank. Okay, Leute, also das war wirklich heftig. Leute, wenn es euch gefallen hat, ist gerne ein Abo da. Schaut auch gerne bei Lukas vorbei. Für mehr Brawl-Ausles-Videos ansonsten denkt gerne an Creator Code JoJonas. Ganz rechts im Shop. Gerne auch alle sieben Tage neu antragen. Da ist noch der Abstand verlinkt. Haut rein. Und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.